Hey, hier ist Ransom, der F***er, und ich will euch darüber erzählen, was dieses Spiel genannt wird, Nimbaleed Park. Ich kann es nicht in da rein. Schade. Ja, was passt denn dann da rein? Er hat ein Fingerprint-Buch. Insert ein Fingerprint-Registrier von kriminellen, plus ein Fingerprint aus der Mörderwebe auf Fingerprint-Tape. Der Fingertron 3000 wird checken, ob sie es matchen, und ein Report. Fully voice activated. Wir brauchen ein Fingerabdruckband. Mit dem können wir dann den Fingerabdruck auf jeden Fall, das Gerät benutzen. Verdammt. Aber wir haben keinen Fingerabdruck. Ah, wir können noch ein Foto von der Leiche. Können wir eigentlich auch noch benutzen da, irgendwie mit dem einen Gerät, glaube ich. So, ansonsten müssen wir als nächstes die Karte bekommen. Geht schon mal mit ihm hier rein. Copy-tron. Nehme Landkarte. Ich weiß, es ist schön, aber du kannst es nicht entfernen. Willkommen zum Thimbleweed-Nickel. Echt Jahre Erfahrung und zwei Degere im Journalismus, sagt mir, du bist ein Fett. Äh, das sind die gleichen Sachen nochmal von vorne. Warum kann ich nicht deine Karte nehmen? Ich bin ein Federal-Agent. Okay, das sind eigentlich zwei Fragen. Erstens. Being a Federal-Agent doesn't mean you can waltz into a newspaper office and take their Karte. We have a little thing called the Fourth Amendment, and second? That's a priceless original. If you want a map, check the Quickie Pal. Okay. We're here investigating the murder. Know anything? Not much. Just what I heard over the police scanner. Body found in the river. I'll send my best reporter to check it out in the morning. Know who my best reporter is? Hm, you? If this damn town wasn't such a podunk, I'd have a couple of Pulitzer's by now. This pillow factory fire story might take it out of here. Das ist die Story, die kennen wir alles schon. Das haben wir ja schon mal gehört. Nice chatting. Got a murder to solve. Aber die hat auch hier einen Police-Troll. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a woman in town with a weapon. Oh, ein Staubkorn. Okay, die wartet auf eine Nachricht vom Police-Tron. Haben noch einen Police-Tron hier. Sie wartet auf die Nachricht. Jetzt können wir mal gucken, ob wir das hier benutzen können irgendwie. Breaker 19. Breaker, Breaker. Attention, all Units. Ach. Was hat sie? Eine Frau. Eine Frau. Eine Frau. Ach scheiße, was ist das denn hier? Eine Frau... Mit einem Blechschaden. Okay, müssen wir mal anders machen. Was hat sie... Was hat sie... Auch was... Eine Frau in der Stadt mit der Waffe. Eine Frau in der Stadt mit der Waffe. Es ist ein Polizradio. Sieht, wie es auf und bereit ist. Achtung, alle Uniten. So, eine Frau in der Stadt, in der Stadt könnte also bei der alten Straße, ah ne, hier Ostseite der Stadt, mit einer Waffe, mit einem Raketenwerfer. Das ist nicht viel, aber wir sind eine kurze Geschichte auf Seite 4. Ich werde bald wieder zurück. Nicht, du tust meine Karte. Immer das machen, was uns nicht empfohlen wird. Juhu! Wir haben eine Landkarte. Hallo. Ich bin so blöd. Ich glaube, das ist eine Karte in deinem Kopf. Und du bist nicht nur glücklich, mich zu sehen. Hm. Bitte zurück, sie zu ihren Fram. Nee. Danke. Na, die letzte Geschichte war ein Bust. Ich bin so blöd. Ich kann mir die doch hier rechts am Kopitron. Kann ich mir die doch kopieren. Ich kopiere, ich muss mir die kopieren. Das muss ich wahrscheinlich fragen. Bitte nicht mit dem Polis-Skanner. Ich warte auf einen Telefon über eine Frau in der Mansion mit einem wunderschönen Tier. Attention, alle Units. Anwesen, also wahrscheinlich die alte Villa. Mit einem Tier. Mit einem Tier. Mit Kabel ohne Genehmigung. Mit vier Plattenreifen. Ohne Grundlächeln. Mit einer illegalen Schraube. Das ist nicht viel, aber wir sind die kurze Geschichte auf Seite 4. Ich werde bald wieder zurück. Nicht, du tust meinen Karten. Nicht, du tust meinen Karten. Das scheint nicht zu. Das scheint nicht zu zu fliegen. Der Karten nimmt nur Münzen. Ja, dann nutzen wir den Zehner mit... Das nimmt nur... ...Nicht nur Münzen. Es nimmt nur Münzen. Wie kriege ich denn jetzt einen Fünfer da rein? Achso, scheiße, steht der da. Color Copytron 3000. Für alle, die ihr Kopien braucht. Kopie 5 Cent pro Tag. Wir haben hier das Posting, die können das aber wahrscheinlich nicht wechseln. Ich gehe mal in den Quickie-Pal. Vielleicht können die im Quickie-Pal aus dem 10er ein 2.5er machen. Vielleicht geht das. Oder ich rufe hier irgendwie bei der Wank an, keine Ahnung. Oder hier im Diner. An der Net mit der Speisekarte, hier mit Gebe, Zehner, an. Radio, warum habe ich das Radio nur angemacht? Das nervt richtig. Rickies Torten, nee. Da wollte ich nicht hin. Ich will zum... Ach, scheiße, da will ich ja auch nicht hin. Ich sag's euch, ich verlaufe mich hier einfach die ganze Zeit. La-ta-da. Quickie-Pal. Der war hier rechts, glaube ich. Yeah. Willkommen zum Quickie-Pal. Kann ich dir helfen, dass ich etwas finden kann? Ja, kannst du. Nutze Zehner mit... Gebe Zehner an Leonard. I'd better hold on to this until later. How can I help you? I'm Junior Special Agent Reyes. Uh, I'm not holding, if that's what you're thinking. I'm going to look around your store. Scheiße, wie krieg ich denn jetzt aus dem Zehner ein Fünfer? Waspass? Kostet genau Zehner. Zehn Dollar. Let me know if I can help you find anything. Wo krieg ich denn ein Fünfer her? Hm. Hier gibt's ja auch sonst nichts mehr. Mal gucken, vielleicht liegt hier irgendwo noch ein Fünfer rum oder so. Vielleicht hab ich ja irgendwas im Inventar, was ich irgendwie irgendwo abgeben kann. Keine Ahnung. Hier, leere Whiskyflasche. Vielleicht nimmt der Quickie-Pal die als Pfand oder so. Willkommen zu Quickie-Pal. Kann ich dir helfen, irgendwas zu finden? Hier kriegst du auch Getränke, ja, kriegst du auch Getränke hier. Und der Typ, der, klar, der Typ kommt doch immer hier seine Flaschen holen. Wie kann ich dir helfen? Hast du diese Brandeis Whisky? Let me know. Ja, das sieht aus wie Willys Brand. Genau. Ist das in Ordnung? Oder hier die leere Flasche. Ich habe diese Mischung gefunden. Ich möchte 5 Cent zurück, um die Umgebung zu verletzen. Ich möchte 5 Cent von dir, um deine Mischung zu nehmen. Was? Hör auf. Quickie-Pal-Humor. Hier geht's. Nice. Haben Fünfer. Vielleicht kann ich dem alten Penner... Warte, jetzt pass mal auf. Jetzt gebe ich dem mal noch die Flasche, die Whisky-Flasche. Er ist nämlich der Einzige, der den Scheißrecks säuft. Vielleicht bringt uns das auch noch irgendwas. Ach, scheiße, jetzt bin ich mal wieder falsch gelaufen. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Hey, das ist meine Lieblings-Fan-Artikel. Zu schlecht, ist es leer. Hast du noch Ransom-Fan-Artikel? Ah, die Ransom-Fan-Artikel. Da hatten wir doch auch was. Hier. Die Thunfisch. Der ist doch gern Thunfisch. Krieg mir ein paar Kombucha. Hast du noch einen zweiten... Er will nicht es. Schade. Er will ja auch nur Fan-Artikel und nicht Zeug, was der Ransom gefressen hat, ne? So. Och, komm schon. Auf, ein neues! Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man out by the factory and a suspicious animal. Oh, was schaut nicht so gut. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man out by the factory and a suspicious animal. Letztes Mal. Ein Mann. Eine Fabrik. Mit einem Tier. Mit einem Lachs. Das ist nicht viel, aber wir sind die kurze Geschichte auf Seite 4. Ich werde bald wieder zurück. Nicht, du tust meine Karte. So, jetzt aber. Nehme Blattkarte. Nutze Landkarte mit Copy-Tron. Nutze 5 Cent mit Copy-Tron. What a nice copy. And in color too. So, das war's. Wir haben eine Karte. It's a map of a county. This should help me find my way around. Ja, und wie, was können wir jetzt mit der machen? Sadly, I think the sheriff would object to that until I've shown him the map. Ja, mit der können wir jetzt, äh, oben, ne, hier, rechts müssen wir langen, ne? Ne, war das links? Beim Quickie-Pal. Am Quickie-Pal vorbei. Da war das doch. Wo man dann rausrennen kann. Außenbezirk. Da hoch. Da hoch. Aussichtspunkt. So, mit der Karte müssten wir jetzt eigentlich rauskommen. Gehe zu Bezirk. Großartig. Wohohoho da, kleine Agent Arino. Wie gesagt habe ich vorhin. Man kann nicht nur die Stadt über die Stadt ohne eine Karte gehen. Ich habe hier eine offizielle Karte. Oh, ich sehe. Na gut, das sieht legit Arino. Hm, wunderschön. Ich dachte, ich... Na gut. Ich denke, das Gesetz ist das Gesetz. Hm. Ich denke, ich hätte besser diese Karten auf den Quickie-Ball zurückgegeben. Na ja, mach mal besser, mein Freund. Wuhuuu! Teil 3 Ich fühle mich, dass wir dieses Gesetz nahe sind. Die einzige Sache, die du nahe sind, ist meine Patience mit dir. Let's work together and I can get on with my... I mean, we can get out of this town as quickly as possible. Agreed. So. Wir müssen die Leiche identifizieren. We need to identify the body. Using the Facetron with a photo of the body and the victims photo ID. You mean like a drivers license or passport? Or Burgershack-Loyalty-Card, recognized around the world? Okay. We need a fingerprint match. Using the Fingertron with a fingerprint from the murder weapon and an official fingerprint book. Yeah. Und wir brauchen die Blutspuren. We need a blood match. Using the blood-tron. With a blood swap from the body and Willys blood wallet. We need to talk to that crazy clown at the circus. He's got serial killer written all over him. Wouldn't it be quicker to just shoot him? Yeah. Und wir müssen noch hier mit der Dolores reden. We need to have a chat with the geeky programmer at the old mansion. There is something odd about her. Yeah. A woman with a brain. Definitely suspicious. Let's get cracking. Man. Thimbleweed Park. Get to hell. Get to hell. Now we can do continuance with thisiving. Everybody looks like he wants to close. Takes him to.